Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Von Lernus, Ihr Schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julian, vielleicht können Sie Stiefs von Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Bock drauf hast. Du hast da nämlich Bock drauf, nicht ich. Heute Abend im Büro und hat dich gesucht. Jetzt lenkt man nicht vom Thema ab, wieso kriegt er meinen Job? Ich sollte es echt lassen. Was solltest du lassen? Jüngere Männer. Och, das war doch nicht... Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ich meine, das war doch nicht so gut. Jetzt aber doch ein paar Jahre alt. Ich sehe mich von dir. Ich schätze jetzt nicht, wo ich dich verschläge. Ich sehe mich von dir. Ja, weil ich. Ich sehe dich. Ich sehe mich von dir. Ich sehe mich von dir. Ich sehe mich von dir. Untertitelung des ZDF, 2020